ganze dörfer nach erdbeben zerstört mehr als 2000 tote in marokko marokko ganze dörfer sind zerstört aus den trümmern werden ständig weitere leichen geborgen nach dem schwersten erdbeben in der geschichte marokkos ist die zahl der toten weiter gestiegen am stärksten betroffen sei die provinz al haus südwestlich der touristenmetropole marrakesch dort wurden mehr als die hälfte der insgesamt 2000 toten gefunden wie das marokkanische innenministerium am samstagabend mitteilte der königspalast rief nach einer krisensitzung mit könig mohammed der sechste eine dreitägige staatstrauer aus fahnen an öffentlichen gebäuden sollen auf halbmast gesetzt werden nach regierungsangaben wurden bis zum späten samstag haben 2012 todesopfer gezählt weitere mindestens 2059 menschen wurden demnach verletzt 1404 von ihnen befänden sich in lebensgefahr das erdbeben hatte das nordafrikanische land in der nacht zum samstag erschüttert es hatte nach angaben des marokkanischen zentrums für wissenschaftliche und technische forschung eine stärke von 7,0 erdbeben in marokko hinterließ schneise der verwüstung marokkanische sender zeigten luftaufnahmen von völlig zerstörten dörfern vor allem traditionelle lehmhäuser der berber haben der wucht des bebens nicht standhalten können in einem bergdorf nahe dem epizentrum stand praktisch kein gebäude mehr soldaten suchten in den trümmern nach überlebenden 70 menschen wurden auf einem friedhof beigesetzt in der touristenstadt marrakesch lagen trümmer auf den straßen an der moschee auf dem marktplatz jema lfna stürzte ein teil des minarets ein und verletzte zwei menschen ich dachte mein bett fliegt weg ich bin halbnackt auf die straße gerannt es war das totale chaos eine echte katastrophe verrückt berichtete ein franzose der nachrichtenagentur afp die regierung habe zudem sämtliche einsatzkräfte mobilisiert um in den betroffenen regionen zu helfen das bluttransfusionszentrum in marrakesch rief die bevölkerung zu blutspenden für die zahlreichen verletzten auf technisches hilfswerk soll im erdbebengebiet helfen koppeln koppeln Untertitelung des ZDF, 2020